Man lernt nicht auch die Map ein bisschen besser kennen und deshalb einfacher mit dir als Hose. Ich hab gesagt, du kannst so'n Spahn gerne machen. Ich muss leveln. Obwohl wir durch die ganzen Sachen jetzt gespielt haben, die Elf wäre echt sympathisch wohl. Aber Sienna wird's nicht. Ich finde die als Charakter unheimlich cool, aber spielerisch. Geh weg. Ich hab ja gestern extrem viel Dagger gespielt und Feuerball und echt Spaß. Wir wollen den Dagger, macht Spaß. So schnell ist. Wir werden's Block canceln nach dem zweiten Schlag. Ja, guck mal, wir haben... da liegt ein Kongpott. Ja, den zieh ich noch gleich mal rein. Aber hier macht noch nicht viel Sinn. Aber wenn ich hier bin, dann kann ich vielleicht, wenn ich gut bin, abkürzen. Dann hab ich hier. Nein! Aber damit wollte der hoch hüpfen. What? Das war kein... ein Kackpott. Scheiße. Du bist nicht schon gestorben? Berserker. Achso. Kackpott. Drei Stück. Bei Special hat mich dich teleportiert, bei Special hat mich einfach nur hochgehen lassen. Okay, dann... Wann dich wahrscheinlich scheiße. Chaos? Ja, das ist ja schon mal gut. Ja, genau. Es gibt keine... Es gibt echt Leute, die behaupten, es gibt keinen CPU-Overload. Gänse meinen PC nicht. Da liegt ein Kongpott hinter dem Ding. Wo? Hinter dem Wagen. In dem Wagen? Ach, Kacki, der hat nicht gesehen. Kacki. Noch ein Kong? Hm-hm-hm-hm. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Wenn du nicht sofort hier runterhüpfen darfst, sondern erst hier runterhüpfen musst. Das ist wirklich schneller. Ja. Hm. Ja, ich hab noch ein Kong. Holy shit. Ob das schneller wird, ist die andere, weiß ich nicht. Ich hab den gleich trinken sollen. Kacki. 4-10. Kacki, jetzt sogar noch irgendwie, wenn er noch schneller gewesen ist, wenn ich den gleich getrunken hätte. Oh Mann. Wenn der andere Kong noch gefunden hätte. Mist. So, ich habe jetzt offiziell alle Karrieren. Ich noch nicht. Ich hier denn noch.